Weißt du, wie wir das jetzt machen? Einfach einen Käpfchen kaufen, wir laufen jetzt da geradeaus auf den Spot und du stellst dich da rechts in das Arsch rein, ich warte. Let's move up! Ah, da jetzt direkt. Ja, was was meinst du? Genau, und du bleibst ums Verrecker drin, ich gang chicken. Du schaust bloß, ob sie droppen kommen. Ah, ist jetzt hier lang? Ah, warte, wie lang ist die Flaschkuh? Ja, kommt der Smoke, lang. Wann ist droppen? Ja, du wartest bis er vorbei kommt. Der ist schon durch. Aua! Okay, ich bleib. Der andere war Platone. Nice, schön. Schön, schön, schön. Oh, P zu. Ja, na. Magst du langen oder droppen machen? Mir ist es wurscht eigentlich, muss ich das sagen. Kann, kann du langen. Kann man langen, wenn wir jetzt schöne wegsetzen, wie der ist. Scheiße, ich will da gar nicht hin, dass man da so schnell kurven muss und so. Der andere ist mal schon oben im droppen. Leck hier, mate. Kann auf langen. Doch, einer hat einen Hit gekriegt. Hoppern. Gut, der andere war lang. Oh, der hat die gekäbt. Wieso hast du Pisten gekäbt, du Verruckter? Hä, warum? Ich muss ja bei mir nur zwei mal den Kopf schüssen müssen, ich sehe den Problem. Ja, die waren ordentlich schnell. Sehr egal. Den kommen beide in der Hand. Ja, aber anders kriegt. Oh, fuck. Ja, das Problem mit der Schott, ich kann nicht mehr retaken. Ja, die waren ordentlich schnell. Ja, ja. Okay, dann. Ja, meine. Okay, dann werden sie jetzt vermutlich wieder langkursen oder vielleicht am Burn oder irgendwas. Auch nicht geloppt. Ja, ja. Hab schon. Ja. Sind das gleiche gemacht. Er ist von mir. Ja. Ah, fuck. Er ist von mir. Dropper hat mich. Hab ihm aber gegeben und... Burn ist auch noch links standen. Der müsste links weg. Ja, okay. Ich hab mir drüber auf dem Kopf. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Ja, der... Oh, jetzt kommt die Scout Blase. Ja, mit der Pistel hat sie jetzt keine Chance gehabt. Nein! Oh, der ist über mit rüber gesprungen. Der hat äh... Der im Dropper hat 24 abgetreten. Ja, fuck. Der ist über mit rüber gesprungen. Ich hab ihn nicht erwischt mit der Schotte. Ich war ja auch gut. Äh... Wir müssen mal ein E-Kummer. Kein Geld. Ja. Gute Idee. Aua. Ist das okay? Ich bin ja gar nicht warm da. Ja, ja. Ich hab ihn ja auch gut in den Z-Side. Ich hab ihn auch noch gut in den Z-Side. die wir machen können. So muss man auf den Spot kommen. So wie... Möhm, wir machen uns so wie... Ich hab ihn jetzt mal letztendlich mit dem Z-Side. Ich hab ihn jetzt mal letztendlich mit dem Z-Side. Ich hab ihn aber... Er ist schon fliegen. Er hat 63. Woher? Auf den Ball da oben? Echt, der dachte, geht's wieder 4. Der ist hergerollerskated da ums Ecke. Ja, so wie es ist. Mach' mal den Bergsli, lass' mich mal da fliegen. Ich stehe die letzte Runde gekauft, was ich glaube Ich war voll flasht, wie lange ist man noch geflasht hast du? Hätte ich doch sagen können, dass der immer instant flasht Hat er nicht, ich bin nicht so lang geflasht worden wie die Sau Aber die sind doch kein AK-Spieler, erzähl mir doch nichts Nein, sind sie auch nicht, da spielen die Silber 2 wie Pros Wir gehen jetzt bei den Drop runter, schauen, dass wir den Einzelnen erwischen Ich habe zu fixen, nicht Nein, nein, der Kopfkäppler Da ist er Fuck, da ist die USP Aua Warte, der hat hier angeschossen Warte, 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 warte Er ist auf lang Ja, ja, komm mal wieder zurück, kommst Ah, okay, da bist du draußen Bist du auf dem Plateau da oben oder wie? Ja, ja, aber wenn man hätte gehen Warte So, ich habe Brombingen So, ähm, jetzt Ich kaufe ein MP MP7 oder so So, wir gehen nicht zu lang raus Nein Ah, du laufst links an der Wand Und aimst schon mal vor dem Bogen die Fässer ab Das kann er gucken Okay? Die Fässer Die Fässer da, dass er da nicht steht Okay, ich wirf jetzt eine Flasche und dann gehen wir raus Und, go, 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 go Der steht da, der steht da oben 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 Wo ist der? Achso Der ist gleich links bei der Steiger gestanden oder wie? Ja, ja Achso Achso Ja, wir haben ihn umfasst gekauft Ehm Aua Ja, da ist, glaube ich, keiner da vorne Doch, da hat er eine Granate aufgeschmissen Ah ja Und er ist immer noch Andere, weiß ich nicht Ja, und er ist lang Ja, und er ist lang Und er ist lang an dem Plateau Ja, ja Aua Äh Crazy Motherfucker aber eins hat er sich verdient genau das er steht links der kleine hund was ist das für einer gut, das war mal jetzt nicht das war mal jetzt